Stefan Mross könnte längst wieder ein freier Mann sein, doch erneut erschien seine Ex Anna Carina nicht vor Gericht. Doch wieso? Diese Scheidung will einfach kein Ende nehmen, zum dritten Mal. Schon ließ Anna Carina Wojciak den Gerichtstermin platzen. Stefan Mross wartete vergeblich auf seine Ex. Die Scheidung zieht sich hin. Als Verhinderungsgrund gab die Sängerin das Hochwasser an, das vergangene Woche in Passau herrschte. Das Amtsgericht liegt direkt am Inn, der Pegel stand tatsächlich höher als sonst. Dennoch hatten Stefan Mross und seine Anwältin keinerlei Probleme pünktlich und trockenen Fußes zu erscheinen. Mross hatte dafür sogar seinen Kroatien-Urlaub unterbrochen und war zurück nach Bayern gereist. Doch was hat Anna Carina davon, dass sie die Scheidung immer wieder hinauszögert? Sie ist denn glücklich in einer neuen Beziehung, dass sie ihren Ex zurück wollen könnte, steht nicht zur Debatte. Wahrscheinlich glaubt sie, dass sie noch finanzielle Ansprüche hat, äußert Mross-Anwältin Manuela Lenzma ihren Verdacht. Die ehemalige Puppenspielerin soll mehrere tausend Euro Unterhalt pro Monat von Mross gefordert haben, heißt es. Über die genaue Summe der Abfindung haben beide Parteien stillschweigen vereinbart. Dass Stefan Mross ungern zahlen möchte, liegt auf der Hand, immer wieder machen pleite Gerüchte über ihn die Runde. Ein neuer Termin ist aktuell noch offen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017